Hallo mein lieben YouTuber und YouTuberinnen und herzlich Willkommen zu einem Video von uns. Ah. Und da sehen wir uns auch mit dabei, natürlich. Wie soll's auch anders sein bei Minecraft. Man, dieser Hurensohn hier, der schubst die ganzen Leute runter. Ja, du musst rechts außen vorbei. Mit der Mistgeburt. Du musst rechts außen. Oh. Oh, geht's los. Also ich bin... Was ist denn das? Och. Ich bin Quarz. Echt, ja. Ja, das wollte ich sagen, ja. Bist du Seeker? Tja. Ah, ne. Alter, ich würd's nur sagen. Scheiße, wo versteckt man sich denn als so'n Block? Digga, ich weiß es nicht. Scheiße. Ähm. Also wir kommen gleich da. Ach so, abgefuckte Scheiße, man. Ich würd's sagen, ich versteck mich einfach hier. Oder? Ist das gut? Das bestimmt scheiße versteckt, aber ist mir egal. Oh, so ne abgefuckte... Fuck, da ist direkt der Seeker. Alter, bitte komm jetzt nicht her. Bitte komm jetzt nicht her. Oh, ich bin so gut. Ja, also wir wollen heute mal ein bisschen so darüber reden, was jetzt mit YouTube ist, weil wir jetzt ja lange, lange Zeit keine Videos mehr gemacht haben. Ja. Und ja, es sieht nämlich so aus, dass ich jetzt seit heute einen neuen PCer, einen relativ guten PC, wo man auch aufnehmen kann. Ich nehme jetzt auch momentan gerade auf. und ja, das wird hauptsächlich viel auch mit dem Zockerbrot Simon, also mit Broti geschehen. Hauptsächlich Minecraft mit Brot zusammen. Oh, hier ist irgendwo ein Seeker. Oh, oh ja. Scheiße. Mein Versteck ist uns beschissen. Ja, meins auch, aber egal. Und ja, dann wird noch einzeln von mir kommen, Black Ops 2 und MV3 Gameplays, weil es sind jetzt momentan die einzigen Spiele, die ich noch so drauf habe. mit unter anderem noch Portal, aber Portal braucht man nicht let's playen, glaube ich, oder? Portal, na, weiß ich nicht, ist schon relativ alt das Game sogar. Ja, aber ich würde schon sagen, das ist schon ziemlich alt. Aber was ich noch let's playen könnte, wäre Wolfensteins in New Order. Ja, das könnte ich allerdings auch let's playen. Kann man das zusammen spielen, so eine Koop-Kampagne oder? Ne, leider nicht, ne. Auch kein Multiplayer? Multiplayer gibt es natürlich nicht mehr. Ach, schade, Digga. Als ob der mich nicht sieht! Als ob der da... Man kann dir einen Taunt wählen, alles klar. Ein Taunt? Was ist denn ein Taunt? A countryside sheep. Nein! It's raining eggs, Alter! Oh nein! It's raining eggs! F**K! Nein! Nein! F**k dich, F**k dich, F**k dich! F**k dich, 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 F**k dich! Wieso hat die Plank in... Ja, das weiß ich auch nicht. oh fuck man die ganze zeit kommen diese herzschläge alter ist ja man die ganze zeit aber eigentlich sehe ich keinen bei mir ist niemand in der nähe und trotzdem kommen die ach du scheiße das ist mein eigener bock ich dachte grad hier ein seeker scheiße und ich würde sagen auch ab und zu werden immer ist denn hier ein seeker nach unten ja der ist so weit weg ist ein etage unternehmen ich würde sagen wir können ja auch so eine fun sachen machen weil sie es gibt ja so vielleicht paar websites im internet die vielleicht lustig sind die man sich mal angucken könnte zum beispiel higher or lower habe ich letztens bei einem youtuber gesehen mega geile spiel hast du schon mal gesehen das spiel da muss da musst du so seit dem internet da musst du schätzen was also zum beispiel mit der folge vorgegeben werden immer zwei wörter und du musst entscheiden das linke wort ist vorgegeben und das rechte wort angenommen links ist zum beispiel google und rechts zum beispiel keine ahnung apple und da musst du entscheiden ob das rechte wort mehr gegoogelt wird im monat aber das linke wort musst du halt so schätzen übelst geil eigentlich übelst geil oh nein oh hau ab alter oh hau einfach ab man nein hau ab digga sieht er mich nicht please hau ab wirklich alter der ist so dumm ne ich hab den grad gerackt man alter und du würdest einige seeker haben halt auch echt die die seeker sind momentan absolut gelähmt man das neun seeker und kein einziger findet mich grrrr i'm so mad oh nein alter fuck man nee ich schreibe lieber nichts der herr von der hier ist alles voller seeker man ich hab vor allem scheiße nur noch 48 lauf brot bist du das der bacon alter fuck brot warst du denn der bacon warst du ja mann ich bin der bacon ich sehe so wie du vorbei läufst du scheiße digga die laufend schreißig hinterher 30 sekunden digga nein das ist ja into the floor fick dich fick dich nein ach ich bin tot alter 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 ich lebe noch digga wie können die das nicht sehen na komm egal ne kleine kleine sache die ich noch sagen wollte und zwar habe ich vorhin bei einer aufnahme ich habe so ein mikrofon mir noch gekauft von einem 15 euro gutschein beim mediamarkt direkt produkt placement ja direkt 500.000 euro für dafür dass ich das gesagt habe übrigens ja ist das wissen ja muss man sich recht so leckte server waren da um noch eine runde machen ja können wir machen ich weiß nicht wieviel zeit nahe halt elf ja auch elf und da habe ich habe heute vorhin so bisschen testaufnahme gemacht um zu gucken ob es halt läuft aber läuft auf 60 fps schlüssig und da kriege ich einfach so dieses standmikrofon was hier so rumsteht einfach so übel zum tisch mann ich wollte nur meine hand von der tastatur wegnehmen meine tastatur ist ja übel riesig diese ist ja eine rocket iscu illuminated gaming keyboard kostet 70 euro alter auf jeden fall ja mega geile tastatur ich will meine hand wegnehmen erstmal das mikrofon so bam durchs halbe zimmer geschleudert wie immer auf einer abgefuckte scheiße man so wurde ich komm man hier drauf ich spiel mal das mit dem ist aber gehen eigentlich ich spiel übrigens mit dem spx da hat es irgendjemand interessiert mit dem sp-hex pvdcraft 256er texture pack diga du bist ja richtig ne ich hab ja die fort drinne alter ich hab ich hab ja die fort drin alter hier ist schon wieder so ein missgeburt zu dir ein und so rechts dran vorbei wo der rechte weg ist immer der richtige also ne ja hast du recht rot ja da hab ich recht alter egal was war das gerade für ein frame drop es geht los in fünf sekunden ach hier hier und hier bin ich also ich bin hey ball kleine unterbrechung ich werde das mal eben kurz rausschneiden also wenn ich das video aber welches rausschneiden ich hatte gerade total den frame einbruch weil ich im hintergrund noch ein virusprogramm man laufen hatte was gescannt hatte ja ich hatte mit mal sechs fprs oder so der kann das nicht mal verpflichten äh teilen wir hier gerade so mit einem so einem typen den block so also wir stehen quasi im selben block drin hintereinander oder was ja und wir sind beide in der workbench alter wir wollen ja und wir haben uns einfach so wahrscheinlich genau gleichzeitig hingestellt und dann musst du das spiel ich hab ja gehört nun hierhin ah beide ah einfach beide jawohl jawohl nice jawohl ah ich will wieder so ein ding machen hier was denn ah ja was ist denn das ey 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 das ist gar nicht ich glaube ich werde ins reining was die ganzen taunts die man hier machen kann die sind gar nicht auffällig wenn einfach so die ganzen typen hier hab ich auch gerade gemerkt digga hab ich auch gerade gemerkt digga das ist doch einfach mal viel auffälliger man das hätte man doch den leuten gar nicht geben dürfen alter oh nein nein fuck dich digga rot ich bin am backrunnen ich weiß nicht ob er hinter mir ist ich bin am backrunnen alter ich bin so hart am runnen oh digga danke für den push mann für den push ja ich bin gestorben suchen wir halt you are a seeker please wait aber ich war nicht immer ein seeker nein hm nein ich war mal ich war okay ich war ich war ich war digga ja wahrscheinlich werden werden unsere 40 abonnenten wovon 30 wir selbst sind das jetzt richtig hart feiern dass wir wieder mal ein video haben das tut das nicht komm übertreib nicht nein also wir selbst sind vielleicht wir haben uns eigentlich gar nicht selbst abonniert oder ne haben wir nicht gemacht komm das hat doch jeder schon mal gemacht digga das hat jeder schon mal gemacht aber nicht mit 10 accounts ne mit ich glaube ich habe einmal meine account abonniert und du einmal ja hat der noch halt Freunde oder so aber das haben sogar die größeren alles klar größeren youtuber erzählt das jeder jeder mal klein war jeder youtuber und jeder youtuber bestimmt sich auch schon mal selbst abonniert hat und seine video selbst ein like gegeben hat ja ist auch einfach so man ist halt einfach so ne wie war das Wort? ja man und ist so ja man ist echt so nein tick dich nein 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 rot auf der hat mich nicht geschlagen was der hat mich nicht geschlagen digga was ist los bei ihm aber ich alt oh fick dich einer fick dich er hat nämlich getötet alter so ein Missgeburt ey man das war ich warum beleidigst du mich ich weiß deswegen hab ich ja gesagt die Missgeburt was ist denn du tötet er mich einfach ehrlich auf durability wie careful hi das can kill you too also das müssen wir als warnung die wird rechts noch angezeigt was für leute da sind oder ja aber ich muss gerade mal sagen dass die map einfach mal viel zu einfach ist für die Seeker finde ich so weil das war gerade einfach so krass ja weil es halt bloß kleiner ist ne ja die ist ein bisschen doll weil er war nicht auch Bookshelves ja ich glaube es gab alles mögliche also rechts unten ist jetzt Block of Steel Block of Coal ist noch und Bookshelves Schulf und äh Blätter Blätter sind auch noch hm und Iron und warte hier Coal ah hier ist Coal oh hi Brot warst du Lust dran? ach hi na guck ich war guck ich war hm jetzt hab ich da egal paar Stunden pass schon kleine komplikation die werden ja schon wieder gewinnen oder? kleine komplikation mit der Aufnahme weil ich ne mal das ist das erste mal das ich so richtig aufnehme ach die scheiß Haiders weißt du die Musik alter ja den 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 ja oh meinst zwei Runden reichen so? ja zwei Runden reichen gut dann würde ich sagen das war es von mir und mir jawoll darauf habe ich gewartet jawoll gut dann würde ich sagen bis zum nächsten Video und ciao